Ben Folds Five sind eine klavierdominierte Rockband mit drei Mitgliedern, gegründet in Chapel Hill, North Carolina. Die Band besteht aus Ben Folds, Robert Sledge und der Ren Jesse. Ab Mitte der 1990er Jahre veröffentlichten Ben Folds Five fünf Alben, die ihnen eine treue Fangemeinde und vier Kritikerlob bescherten. Vor allem der Verzicht auf Gitarren zugunsten von Folds treibendem Klavierspiel wurde in der Indie-Rock-Szene als originell empfunden. Ben Folds selbst bezeichnete den Musikstil der Band als Punk-Rock-Forces. Nachdem sich die Band 2000 aufgelöst hatte, setzte Ben Folds seine vormals begonnene Solokarriere fort und veröffentlichte Soloalben unter eigenem Namen. Nach einem gemeinsamen Konzert im Jahr 2008 erscheint 2012 wieder ein neues Ben Folds Five Album. The Sound of the Life of the Mind ist am 14. September 2012 erschien. Es griff den für die Band eigenen Sound der 1990er wieder auf. Von Kritikern wurde das Album wohlwollend begrüßt. Der oftmals verwirrungsstiftende Bandname soll laut Folds darauf zurückgehen, dass Five sich einfach besser anhöre als Three. Discografie, Studioalben Ben Folds Five, Naked Baby Photos, Whatever and Environment, The Unauthorized Biography of Reinhold Messner, The Sound of the Life of the Mind. Neife Album live.